Oh mein Gott, wir sind wieder zurück. Wie fährt man noch mal? Oh ja, das wäre eine gute Idee. Okay, ähm, ja. Scheiße. Wir finden es gar nicht genau raus. Wie war das, wir spielen mit Rang, ne? Scheiße. Okay, ja jetzt. Ey! Ich bin gerade eben stehen geblieben, aber nicht weil ich es wollte, sondern weil ich es gerade nicht wusste, welche Taste da zum Fahren war. Okay, also ich weiß nicht, wie man springt, ich weiß nicht, wie man in den Bus. Aber was hast du denn? Was denn? Ich hab nichts gemacht. Oder er hat dir nicht verberührt. Ich hab dir nicht verberührt. Sie hat nichts verberührt. Also ich hab das B Xiaomi iPad nur comunicativ wie sie gespielt. Dabeigeleid Aber weil dadurch kam es als Total Garten demrad Der Watt dasia hat dir gerührt. Du hast in دruckt gezuckt. 정ung immer Das war mit der Wasserfrage días Ja, ah, das hat so 시k Die Frage. Das war losgesucht, das war losgesucht. Vielleicht können wir einfach mal diese Gelegenheit, diese aktuellen Aufnahmen nutzen, um mal ein bisschen was über unseren Uploadplan zu labern, oder? Äh, apropos Upload, was ist mit dem Vlog? Der kommt noch. Der kommt noch. Oh Gott, ich dachte schon, ich geht rein. Okay, ich bin gut wieder rein. Ähm, ja, ähm, vielleicht am besten du, weil, ähm, es war ja quasi nicht in die Gefahr und dein. Kein Ding. Ich hab dir so verfehlt, bis jetzt. Ähm, ja. Diesen Kabakacken, ne? Muss ich erst mal sagen. Also, wir spielen ganz viel. Ich will auch nicht so viel von uns sagen, ne, aber... Nee, nee, wir spielen ja schon lange nicht mehr, meine ich. Wir haben schon lange, das hat nicht mehr, das Spiel ist einer. Und trotzdem ist das hier einfach viel zu easy. Ja, irgendwas stimmt, der noch nicht. Wir sind auch noch nicht reinlos. Wir sind noch nicht reinlos. Wir sind noch reinlos. Wir sind noch reinlos. Wir gehen jetzt mal, meinst du, äh, Apropos? Ja, Apropos. Ähm, es wird demnächst ein paar Änderungen geben. Da, 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 da. Das war's. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, na, also, das war das Video. Das war ein, ihr Kultus in Verbindung. Ähm, das ist ja gut, äh, das ist ja gut, äh. Ähm, unser Uploadplan wird sich von den Zeiten her erinnern. Wir haben ja versucht, täglich zwei Videos zu machen. Das hat nicht immer so perfekt funktioniert. An manchen Tagen kam ja auch gar keins, weil, äh, keiner Magic oder so hat drum gespielt, ist... Bugs schön gemacht. Oder, ähm, wenn man halt generell... Äh, ne, krieg ich nicht. Jetzt krieg ich den. Schön. So, ähm... Ja, es gab zudem schon mal ein paar Ausfälle. Auf jeden Fall. Ja, man hat's manchmal auch ein bisschen schleifen lassen. War grad, irgendwie hatte ich keinen Bock zu schneiden. Und dann, wenn man schneiden musste, hat man keine Zeit gehabt. Oder halt Probleme mit Aufnahmeaufragen und sowas. Und in, äh, Zukunft... Oh, ich dachte schon... So, da ich mal auch einen Schuss, ne? Äh, äh, äh... Schön, Deiner. Scheiße, zu hoch! Nein! Oh! Ja, ähm, ähm, der ist richtig schön da drinnen. Der war doch fast selber reingegangen. Ja, sicher, sicher, sicher. Was ich sagen wollte, die Zeitschiene, die wir haben, 17 und 19 Uhr, da wird sich auch was verändern. Und zwar haben wir demnächst nur noch eine Zeitschiene. Erstmal wieder. Und zwar um 18 Uhr. Erstmal, kann sich ja wieder ändern. Und wir probieren... Oh, sorry. Kein Problem. Wir probieren dann täglich ein Video hochzuladen. Ja, 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 ja. Täglich ein Video. Nicht mehr zwei, sondern eins. Äh, äh... Ach so, das war der Gegner. Ich hab schon der Schuss, bitte mir. Ey! Sorry, das war jetzt mein... Das war mein Schuld. Aber ich hab jetzt hier alle geprankt. Jetzt sind wir vorne und die beiden hinten. Okay, jetzt sind wir da vorne. Geh mir zum Tor! Ja, das ist mal ein schöner Fahrradzieher. Ein schöner. Äh, krieg ich nicht. Kein Problem, der ist nicht gefährlich. Nein! Jetzt könnte der gefährlich werden. Oh! Könnte. Kommt, du von der anderen Seite! Ja! Das war mein Tor! ETF! Wie das denn? Wie hab ich das denn gemacht? Ja, du bist reingeguckt. Weil ich hab einfach so ein bisschen so... Da bin ich herangegangen, okay. Schön gemacht. Ähm... Ja, also wir werden jetzt quasi jetzt die... Let's Plays wie zum Beispiel... ...und dann ist es so schwer... No, no letting score, was? Wir sollen keins scoren müssen. Ähm... 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 Ich meine, das ist so schwergleichzeitig. Ja, es ist verdammt schließlich. ich habe so ein solches haben und werfen sie sollten wie er genau ist da sauber ist und demnächst vorbei ja es auch ja es ist nicht vorbei das ist vorbei also die erste Staffel aber das war jetzt ganz kacke von mir da hätte ich einfach rein machen können aber ich gebe mir gar nicht so viel Mühe jetzt hat jeder einen Tonnenstattrick also wie gesagt Autos ist ja demnächst vorbei und dann wird die Staffel erstmal das heißt aber auch die die wird vorbei und Autos geht auch bald vorbei ja dauert noch ein bisschen ja ja wir müssen nur wieder aufnehmen das ist das Problem zur Zeit denn nämlich so viel auf dass wir dann genügend haben für keine Ahnung wie lange für zwei Wochen kommst du da irgendwie ran? ja ja das heißt aber die so lange die noch laufen werden die noch 17 und neue Let's Plays beziehungsweise ich würde sagen sagen bald so ein Plays wie Pupke oder Rainbow die werden dann auch um 18 Uhr kommen ja das ja aber das ist ja momentan standardmäßig die neuen Let's Plays die werden dann immer so ab 18 Uhr eingestuft ja aber dann aber auch weil die bestehenden Let's Plays haben wir dann aber auch ja die bestehenden Let's Plays haben wir gesagt die sollen erstmal ein bisschen auslaufen ich sag mal so wenn jetzt gerade da gerade mit der Doppelbesetzung seit zwei drei Wochen gerade mal drinnen sind lohnt es sich jetzt nicht äh keine Ahnung zu warten bis die zu Ende sind ne ja aber ich würde sagen Pupke und Rainbow lassen wir so 18 Uhr würden wir dann auf 18 Uhr verschieben oder? das sind ja Sachen die aber auch im Moment nicht enden ja voll bin ich also Pupke habe ich noch so viel Lager und und Rainbow Head könnte ich ja weiter auf Lager nehmen weil ich gerade nicht viele aber da ist packt er mein Aufnahmung oder? hab ich nicht aufgepasst sorry also da hab ich ein Problem mit das aufzunehmen stimmt äh du hast ja früher immer mit Shadowplay aufgenommen Shadowplay aufgenommen mit OTS finde ich sieht das halt nicht äh schön aus ähm gefällt mir von der ähm von der Aufnahmequalität ruckelt mir da ein bisschen zu stark komm schon den noch den noch den noch äh jetzt muss es in demjenigen ankommen so ich muss noch was gefahren ja ich hätte er abwarten sollen das sind immer zu mir springt egal noch ein Spiel wie für das war nicht zu also die Worte so wie für Speichern wie für Speichern ist das war auch noch ein Veteran so als er hat auch den zwei Paraden bei uns Monty Monty Joghurt wäre es geil das? was wäre es geil? Monty Joghurt so war das genau so einfach ist aber ich befürchte es kommen schwierige Gegner der sollte NEIN NEIN JA NEIN NEIN ich geh drauf ich geh drauf du bleibst in den Händen danach wechseln wir vielleicht NEIN 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 Kacke äh NEIN oh oh JA NEIN JA NEIN JA NEIN das war lustig das war lustig also sprichst du einfach drüber und hab blut ich habe dich gar nicht mehr gedacht ich hab nicht mit dir gerechnet NEIN ich komm nicht ran ich komm nicht ran ich komm nicht ran wir dürfen uns äh müssen uns ein bisschen mehr anstrengen kommt mittig ähm ne nicht wirklich NEIN 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 es ist schwierig manchmal anzukommen ok hier muss man sich auf jeden Fall äh ach ticke ok ok kannst du nachsetzen? nicht wirklich komm schon ja schon ich hab kurz ich dachte ich hab jetzt alles voll vertrackt ich hab jetzt alles voll vertrackt es ist der Fluch so ich dachte nein der Fliege ist gegen Fostelhaut verschwindet also aus der Drehung aus der Perspektive boing ja fragte ich so er ist dabei kontakt kontakt oh da bin dann geflogen äh ich hab's nicht ich hab's nicht ich hab's nicht ach ja was sich auch noch verändert äh äh bei uns haben wir noch gar nicht erzählt äh ESL und so ne wir wollen wir wollen demnächst mal ja also wir machen Vorbereitungen wir machen Trainings und wir wollen vielleicht mal in die super äh in die Rocket League äh so ganz nebenbei ein gutes Tor äh du wollte in die Rocket League ESL nein in die Rainbow Amateuriger das nicht jetzt hier heißt äh 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 nicht in die High End Pro League sondern halt so Amateurliga ne so ein bisschen äh Praxiserfahrung Amateurliga und ja ne oh oh da vielleicht mal sehen wie weit wir kommen ne äh nein 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 ich hab den Ball nicht gesehen in der Rauchwolke ich hab den da nicht gesehen ja jetzt ist es wieder meine Schuld ne ne ist es nicht guck da warte da hab ich ihn nicht gesehen kacke aah du gehst jetzt auch ja zu spät oh Parade nein du hab ich dich jetzt getroffen nein der Typ ich hätte ihn so frei gemacht aber der hat den Ball abgelenkt aber der Typ hat seinen Boost wenn der so abgeht ja dubstep na nein nicht dubstep ne so wie Heavy Metal so ne nein ja Rock heavy 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 do the heavy do the heavy everybody do the heavy so in den Rücken ja geht nicht muss zurück nein 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 Ok Auf nach vorne Schöne Feuerlage Geh geffn Ich finde jetzt das Musikler ich bin schön frage was ich verstehe nicht die Frage seit dem Typen das kommst du nach vorne das ist keine Absprache ja ich bin es natürlich nach vorne weil ich seitlich bin und was ist total ja ich will nicht lachen aber schön ich hätte ein Distanz-Tor machen können aber ich freunde mir sicher gehen aber die seitlichen gehen immer nach vorne weil die es kurz haben und jetzt gehst du wir sind beide seitlich jetzt gehst du habe ich ja gesagt er ist dabei Kontakt siehst du deswegen und weil ich jetzt den hier mache das ob der der Schlau berechnet, wo der Pro berechnet, wo der Pro Spielmacher habe ich gerade bekommen BAM wer so rammt hat mich noch weg gemacht yeah very lucky very lucky ich wollte Silke schreiben was wolltest du schreiben? ich wollte Skillschreiben und hat kurz Silke stehen was ähm was ähm während man ja Starbound auf Englisch schreibt ähm Faden heißt glaube ich zumindest oder so Seide Silke mein ich hieß ne String heißt Silke heißt äh Seide glaube ich fuck ich hab's verheiratet der muss weg der muss weg ähm jaja ich sag doch Skill ich hab sie fast selber reingemacht aber ähm warte 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 siehste siehste wer der luft ich geh drauf also bei mir hab ich irgendwie quasi so so cheat mäßig mit der luft berührt Chris 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 Schade aber den bekomm ich Prozent das ist demnach ja kein aber nichts machen durch das Spiel ich bin hier beim Kreis 1 bin mal er hat ein Traum 1 das ist das alles ernst weil er sich umdreht kann man mich sehen ja man kann mich sehen wenn ich mich drehe wenn man die Ballkammer nach hinten gedreht das geht nicht ganz so weit nicht drehen ja mann ich konnte es machen ich habe neues Item Homburg 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 so ein Spiel können wir noch ok dann haben wir die Folge für den Samstag gerettet 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 wir sind so behindert eine Bindelbindel und ich gehe drauf weil ich sehr behindert die haben aber Langerhain oh wo 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 die vor wo 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 als hat sich das kommen sind also immer wenn er reingeht dabei dann war das berechnet natürlich da waren alle 10 ich hätte ich hätte ihn bekommen aber ich wurde weggetackt vom anderen typen war das berechnet ganz rechts der typ hat mich gerade weggenommen sonst hätt ich den Ball locker bekommen das ist das ist unfair und das ist unfair und das ist nicht drauf das ist sowas von unfair gewesen nicht sportliches Verhalten grob und sportliches Verhalten nenn ich das das ist ja wie am Trikot zieht ich bin noch von daneben berechnet sorry berechnet Fragezeichen immer noch Fragezeichen immer noch ganz große Fragezeichen kommst du immer noch große Fragezeichen nein ich hab dich mit dem Pass gerechnet nein schorientiert so eine scheisse war mir dann doch sowas nein ok ich fahre Stuttgart Abart 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 Ja Du hast du Ja Ähm Nein Heeeeh Scheiße Okay, ähm, das heißt schön nach hinten und zu gucken wie die Einzore machen Leider ja Ich wollte nicht die Logenplätze verpassen Verdammt Das war so ne gute Chance, die ich hätte nutzen müssen Oh Gott, du Ja, ich mein, ich lebe ja aus dem Morgen Nein Meiner Oh oh Sieht mir nicht nach deinem aus Sieht mir ganz und gar nicht nach deinem aus Ist okay Hey Überspringen 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 Okay, ich hab jetzt die Wiederholung angeguckt Ich seh immer noch nicht deine Ah, ich wusste nicht, was du mit seinen Bestands Kacke Aber dafür Haben wir Zwei Spiele gewonnen Und das hier Wenn wir verdienen, ist es nur ganz knapp Mit 4-0 Ähm, was mach ich da? Alter Was mach ich da? Alter Die Gegner sind grad so retard Ich hab grad den retardesten Move gemacht und die schaffen es noch, davon kein Tor zu machen Komm schon ein Tor für uns Hashtag ein Tor für Siebox Dafür muss ich auch Paraden Punkte geben Ähm, Mario nicht 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 Ich wollte den Mann mit Schmackes wegkicken Ja, wo ich hab den Schmackes dann nicht gesehen Was zum Weg? So, was machst du da? Ich wollte eigentlich, äh Den, also quasi so pausieren, damit der Typ vorbeifährt Aber hat nicht so ganz geklappt Der Typ hat gebremst Also Plan war, dass ich quasi jetzt den so aufhalte Die Typen fahren so vorbei und dann spiel ich den in den Rücken Einer Umsetzung hapert noch ein bisschen Muss noch daran arbeiten Okay, ich hab den weggezackt Ähm Oh, sorry Ja, so oder so hättchen glaube ich nicht bekommen Ich hatte halt zu wenig Wurst Also, null Man muss diesen Sprung nach vorne machen Ja, hab ich auch gemacht, aber Trotzdem war ich nicht so schnell Komm schon, einer Nein Ja, ich war noch hinten Also Kacke zu früh gesprungen Ah, gar nicht gesprungen, gar nicht gesprungen Guck 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 Kalkuliert Nein daneben Komm schon, nur für das 1, nur ein Tor Nein, ich hätte sie so schon getroffen Ich kriege, ich kriege ihn Ich kriege noch, komm, 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 komm Da ist der Ehrentreffer Und dann noch ein Distanz-Tor Ja, also das zählt, finde ich, mindestens 5 Tore Oder? Das war eben ein Distanz-Tor, ne? Ja Für jeden Meter ein Tor Das war, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe Halt den in der Luft, halt den in der Luft Nein Halt den in der Luft Fusste noch mal Okay, also Keine schlechte Bilanz, ich mein, wir haben, es war, es war, es war okay Es war okay Ja, ich mein, hallo, zwei Spiele voll grasiert War es okay Und ein Spiel so ganz knapp, oder? Und er kann das keiner was verreißen, aber es ist bestimmt Die haben 10 Bei denen? Ja Ja Ja, ja Vielleicht auch Proste Ich hätte mal das Proste, aber, und wir sagen es Platt, okay, dann, das war's dann, ne? Ja, 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 das war's dann, ne? Vielleicht? Vielleicht seht ihr dann schon morgen das nächste Rainbow-Video Wer weiß Dann 18 Uhr Oder 19 Uhr Vielleicht Oder vielleicht ein bisschen später Oder vielleicht nächsten Tag Nein Wir machen das ja nicht mehr tags Wir machen das ja nur noch ein paar Stunden kurz danach, wenn's nicht mehr kommt, ne? Ansonsten nächste Woche Ja Ansonsten, ja Vielleicht nächste Woche Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.